So wirst du als Mann sofort attraktiver und viele Männer stellen sich eben die Frage, ja was muss ich denn machen, damit ich attraktiver auf Frauen wirke? Um diese Frage zu beantworten, müssen wir uns einfach anschauen, was zeichnet denn einen attraktiven Mann aus? Und wir reden hier überhaupt nicht von optischen Begebenheiten. Es geht jetzt nicht darum zu sagen, ja du musst richtig krass aussehen, sonst hast du keinen Erfolg. Darum geht es überhaupt nicht, das ist nicht das, was entscheidend ist. Das kann ich dir aus jahrelanger Erfahrung sagen. Im Prinzip sind es zwei Dinge, auf die man achten muss. Auf der einen Seite ist das, was macht der attraktive Mann? Was macht auf der Verhaltensebene jemand, der Erfolg hat mit Frauen? Aber auf der anderen Seite, wie ist seine Haltung? Mit welcher Haltung, mit welcher Einstellung geht er ins Leben? Weil das eine beeinflusst das andere. Die innere Haltung beeinflusst das Handeln und das Handeln beeinflusst wiederum die innere Haltung. Grundsätzlich kann man sagen, ein attraktiver Mann, der attraktiv auf Frauen wirkt, ist jemand, der sich um seine Dinge kümmert. Der den vollen Fokus auf sich hat, auf seine Projekte hat, auf seine Ziele hat. Der sich darauf fokussiert, ein gutes Leben zu haben und sich etwas aufzubauen. Völlig unabhängig von Frauen. Er hat das Gefühl, so weit läuft alles im Leben. Auch wenn er jetzt gerade Single ist und gerne eine Partnerin hätte. Er ist glücklich unabhängig von diesem Punkt. Er sagt, ja, ich werde Frauen kennenlernen und dann werde ich auch schon eine Frau finden, die zu mir passt. Aber er ist nicht bedürftig. Er sagt nicht, ich brauche jetzt unbedingt eine Frau. Ich muss jetzt unbedingt eine Frau kennenlernen. Aber er tut alles Notwendige. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Er macht Frauen nicht zu seiner Priorität. Und wenn du aus einer Bedürftigkeit kommst, wenn du das Gefühl hast, boah, es ist ja so schwer, Frauen kennenzulernen. Und das wäre doch so schön, wenn ich jetzt eine Partnerin hätte. Dann wären alle meine Probleme gelöst. Das ist so die extreme Bedürftigkeit. Und dann klammern sich sehr, sehr viele Männer an die Frauen. Und das merken die Frauen schon bei einem Date. Wenn du viel zu viel in das Date investierst. Du bist schon zu schnell auf dieser Beziehungsschiene. Du machst schon viel zu viel am Anfang. Und die Frau ist damit überfordert. Oder sie merkt direkt, ey, ich brauche ja nur Schnipsen. Und er sagt sofort, ja, das ist ja völlig langweilig. Weil eine Frau will auch um dich kämpfen. Und das kann sie nur, wenn sie den Eindruck hat, dass du jemand bist, dem es im Prinzip egal ist, ob es jetzt mit ihr was wird oder nicht. Jemand, der sagt, okay, das ist hier eine Möglichkeit, aber jetzt kein Muss. Und alleine das ist schon attraktiv. Und das ist nicht etwas, was du sagst auf einer Technikverhaltensebene, sondern das ist eine Grundeinstellung, die du hast. Weil wenn du deinen eigenen Wert kennst, wenn du grundsätzlich ein gutes Selbstbewusstsein hast, dann machst du deinen Wert nicht abhängig von der Frau. Wenn du dann mal eine Abfuhr bekommst, einen Korb bekommst, weil die Frau meldet sich nicht mehr. Ja, dann natürlich ist das doof. Natürlich ärgert man sich. Und natürlich ist man dann auch mal für ein, zwei Tage emotional drauf, wenn man sagt, eigentlich schön, ich weiß gar nicht, warum das jetzt auseinandergebrochen ist. Das kann auch passieren. Aber du bist nicht am Boden zerstört. Wenn es dann auf einmal nicht weitergeht, dann, du lebst einfach dein Leben weiter. Das ist entscheidend. Du hast eine klare Haltung. Welche Einstellung hat denn dieser attraktive Mann? Dieser attraktive Mann geht ins Frauenkennenlernen rein mit der Haltung. Mal schauen, ob die Frauen für mich interessant sind. Ich habe hier mein Leben. Das ist hier so meine Bubble. Und wenn ich jemanden kennenlerne, dann schaue ich, ob der in diese Bubble passt, in mein Leben passt oder eben nicht. Und wenn er merkt, die Frau ist eine wandelnde Red Flag oder er bekommt einen Korb direkt, wenn er sie anspricht, dann denkt er, okay, alles klar. Dann hat sie mir schon direkt gezeigt, das wird mit uns nichts. Und super, wir haben beide Klarheit und ich muss meine Zeit nicht mit ihr zu verschwinden. Während ein Mann, der aus so einer Mangelhaltung kommt, denkt, ach scheiße, jetzt habe ich wieder eine Abfuhr bekommen. Hoffentlich klappt es jetzt beim nächsten Mal. Hoffentlich bekomme ich ihre Telefonnummer. Das ist ein Gedanken, die der attraktive Mann erstmal so per Definition nicht hat. Und dieser attraktive Mann kannst du werden. Der bist du auch schon. Du musst einfach nur Dinge lösen. Du musst dich freimachen von deinen Überzeugungen, Glaubensmustern, all diese Dinge, die dich zurückhalten. Das ist im Prinzip allentscheidend. Wenn du schaffst, das zu lösen, und ich habe es auch geschafft, das ist natürlich ein Prozess. Du bist nicht über Nacht auf einmal mit der geilen Einstellung unterwegs und denkst dir, jo, jetzt läuft alles locker. Natürlich nicht, du bist ja auch geprägt, du hast ja Erfahrungen gesammelt. Aber es ist nicht unmöglich, sich davon zu lösen und frei auftreten zu können und eine ganz andere Haltung zu haben und dann auch wirklich Unterschiede zu sehen im Kontakt mit Frauen. Ich war damals an dem Punkt, ich konnte Frauen nichtmals angucken. Ich war sehr, sehr bedürftig. Und das hat sich dann auch entsprechend gezeigt. Ein Date ist im Sande verlaufen nach dem nächsten. Frauen haben sich nicht mehr gemeldet. Und das ist die Ausgangssituation der meisten unserer Kunden. Und sie schaffen es dann, innerhalb von wenigen Monaten zu einem Mann zu werden, der auf einmal voll attraktiv wird. Auch Frauen, ja warum? Nicht, weil sie angefangen haben, sich zu verstellen oder irgendwas zu machen, sondern weil sie lernen, wirklich frei und authentisch aufzutreten. Und das ist das, was die Frauen voll geil finden. Und deswegen ist auf einmal da eine viel bessere Erfolgsquote, wenn man das mal so nennen darf. Und dieser Mann, dieser besagte Mann, diese Karikatur, die wir uns jetzt hier mal so zeichnen, der spricht auch Frauen an, der geht auch Frauen zu, weil er weiß, es kann ja nichts passieren. Ich schaue, ob die Frau zu mir passt. Wenn nicht, ja, wer nicht will, der hat schon. Leben bedeutet Risiko. Ich muss Risiken eingehen. Wenn ich nichts wage, dann gewinne ich auch nichts. Anstatt zu sagen, oh ja, wenn das jetzt nichts wird, dann bin ich ein schlechter Mensch oder hab's, keine Ahnung. Dann ist es der endgültige Beweis, dass ich kein Frauentyp bin oder was auch immer. Dieser Mann akzeptiert sich so, wie er ist. Er akzeptiert seine körperlichen Begebenheiten, aber er holt das Beste aus sich heraus. Er nutzt nicht seine Ist-Situation, um sich zu rechtfertigen dafür, dass er keine Frauen kennenlernt, sondern er macht das Beste aus sich und holt optisch einfach das Beste aus sich heraus. Das heißt, er kleidet sich nicht wie ein Schluffi. Er achtet darauf, dass er ein gepflegtes Äußeres hat, dass er ein gutes Auftreten hat, wenn er dann mit Leuten in Kontakt kommt, dass er gepflegt ist, gut gekleidet ist, dass er eine schicke Frisur hat. Er macht einfach das Beste aus sich und er geht auch zum Sport. Er ist jetzt nicht der Übersportler und das bedarf es auch gar nicht. Du musst jetzt nicht krass sportlich ausrasten und dir da die extremen Ziele stecken, nur um Erfolg mit Frauen zu haben, sondern dieser Mann macht das für sich hin. In erster Linie. Und als Resultat hat man das dann, dass Frauen einen besser finden oder gut finden oder attraktiv finden. Weil, wenn du auf deinen Körper achtest, das ist ein Zeichen von Selbstrespekt und Selbstachtung. Und das ist das, was die Frauen lieben. Wenn Frauen merken, boah, der lässt sich vollgehen, der Typ, der hängt nur auf der Couch abends nach der Arbeit, der macht sonst nichts, der ist so ein Couch-Potato. Ja, das ist absolut unattraktiv. Also völlig egal, wie du konstituiert bist. Diese Haltung alleine schon, dieses Verhalten führt dazu, dass Frauen auch gar nicht weiter sich mit dir treffen wollen. So, und du musst jetzt nicht denken, boah, wenn ich das alles erfüllen muss, dann habe ich ja gar keine Schnitte mit Frauen. Dann kann ich ja ewig warten. Nein, so ist es nicht. Manchmal ist es auch schon so oder sehr häufig, wenn du kleine Dinge veränderst, dann hast du schon einen großen Unterschied, den du merken kannst. Und die will ich dir jetzt auch nicht vorenthalten. Guck erst mal, dass du Augenkontakt halten kannst. Halt mal Spannung aus. Wenn du da einer Frau gegenüber sitzt, irgendwie in einem Café, treffen sich mal eure Blicke, dann schau sie doch einfach mal länger an. Und wenn sie wegschaut verlegend, dann guckst du halt auch weg und dann guckst du mal wieder zu ihr rüber. Oder bei Leuten, die an dir vorbeigehen, grundsätzlich eine Haltung zu haben. Hey, ich schaue Leute an, die mir entgegenkommen, anstatt immer wegzugucken. Das macht einen großen Unterschied schon. Wenn du das noch nicht kannst, dann mach das jetzt. Wenn nicht jetzt, wann dann? Der zweite Punkt, einfach mal optisch das Beste aus sich herausholen. Mal sich beraten lassen, wirklich, was Kleidungsstil angeht. Mal zu überlegen, was passt denn wirklich zu mir. Sich dann so ein paar Outfits zu überlegen und zu gucken, ja, was kann ich denn in welcher Situation tragen und anziehen. Und es müssen nicht die krassesten Klamotten sein, sondern einfach etwas, was elegant und schick ist und was auch eben zu dem Kontext passt, in dem du dich gerade bewegst. Das ist auch ein Punkt, weil du fühlst dich automatisch besser. Natürlich löst das nicht das Hauptproblem, wenn du jetzt ein schwaches Selbstbewusstsein hast oder wenn du sehr nervös bist im Umgang mit Frauen. Aber das hilft schon mal, dich in einen besseren Zustand zu versetzen, durch eine bessere Kleidungswahl. Und der nächste Punkt ist, mach aus deinem Körper einfach mehr. Guck, dass du dich irgendwie fit hältst, fang Sport an, wenn du ein paar Kilo zu viel hast, begegne dir mit Selbstrespekt. Sag, ja, ich will da was machen. Sich Ziele zu stecken, sein Ding zu machen und auch durchzuziehen, ist auch eine Sache, die Frauen sehr, sehr attraktiv finden. Das heißt, schau mal, dass du dein Leben positiv ausrichtest in ganz, ganz vielen Bereichen. Und der letzte Punkt ist natürlich, geh auf Frauen zu oder lerne, auf Frauen zuzugehen. Mach mal hier mal da ein Kompliment. Es bedarf ja am Anfang nicht viel. Du musst ja nicht direkt zwei Stunden mit der Frau sprechen, sondern werde einfach jemand, der grundsätzlich mit Leuten ins Gespräch kommt, wo du auch gerade unterwegs bist. Nicht nur auf der Arbeit, sondern auch in deinem Alltag. Sag, wenn du mal was einkaufst, einfach mal sich zwei, drei Sätze länger unterhalten mit der Verkäuferin. Dann gehst du mal in ein Kleidungsgeschäft und sagst zu der hübschesten Verkäuferin, hey, ich brauche mal eine Beratung. Was steht mir denn hier gut? Die soll mal ein paar Sachen dann für dich aussuchen. Und dann sagst du, ja, kann ich damit auf ein Date gehen? Ja oder nein? So einfach mal ein bisschen lockerer werden. Das ist das, was du über den Prozess natürlich verbesserst und du wirst dann auch lockerer und lockerer. Aber das sind all so Dinge, die dich sofort attraktiver machen, wenn du nach und nach das implementierst. Und wenn du jetzt sagst, ich hätte da aber gerne einen roten Faden bei der ganzen Sache. Ich möchte jetzt langsam mal mehr Frauen kennenlernen und eine Abkürzung haben, weil ich auch auf kurz oder lang eine Partnerin kennenlernen möchte. Dann lass uns gerne miteinander sprechen. Geh auf die Website www.authentisch-männlich.de und trag dich da einfach mal für ein unverbindliches Beratungsgespräch mit uns ein. Dann werden wir uns deine Situation genau anschauen. Das heißt, wir gucken, was sind die größten Schwierigkeiten gerade für dich, Frauen kennenzulernen. Wir gucken uns so ein bisschen an, was hast du schon ausprobiert alles? Was funktioniert, was hat nicht funktioniert? Und dann geben wir dir einen Schritt-für-Schritt-Plan mit an die Hand, wie du das Ganze für dich lösen kannst. Weil wenn ich eine Sache sagen kann, dann ist das, wir glauben immer, unser Thema ist so individuell oder wir sind ja in so einer speziellen Situation. Wenn du mit Männern arbeitest, was wir tun, schon seit Jahren, dann erkennen wir ganz viele Muster. Und wenn man ein paar Dinge ändert, dann kann man auch innerhalb von ein paar Monaten zu einem attraktiven Mann werden, den Frauen sehen, den Frauen wahrnehmen und den Frauen aber auch kennenlernen wollen. Deswegen, trau dich ruhig, mit uns zu sprechen. Alles klar, wir hören uns. Ciao.